Kommen wir zu einer weiteren Folge Medikamente als Vitalstoffräuber. Heute Chemotherapie. Die Chemotherapie ist tatsächlich der größte Vitalstoffräuber. Begleitend zur Chemotherapie haben sich folgende Vitalstoffe bei uns bewährt. Als grundsätzliche Basis gilt immer ein Multivitamin- und Multimineralkomplexmittel. Darüber hinaus OPC sowie Astaxantin. Warum? Beide Vitalstoffe schützen vor oxidativem Stress. Des Weiteren L-Carnitin. Die Kombination aus L-Carnitin und Astaxantin hat sich bewährt, weil beide Stoffe in der Lage sind, mehr ATP, also mehr Energie in der mitochondrialen Zelle zu fokussieren. Dies ist nicht nur wichtig fürs Immunsystem, sondern auch für das Wohlbefinden des Patienten. Zuletzt Vitamin D3. Deswegen, weil es ein Schutz ist vor Mutationen, da Vitamin D3 dafür zuständig ist, dass die DNA in den Zellen anständig ausgelesen wird. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann lass doch ein Follow da und ein Like. Soortal наша verzweifelt.